Sigma hat ein Produkt hergestellt, das wir mit 8.8 von insgesamt 10 Punkten bewertet haben. Wir bewerten es als die beste Wahl. Seine Stärken sind Preis-Leistungs-Verhältnis, Bildqualität, Autofokus. Den Preis für diesen Artikel und weitere Informationen finden Sie über den Link am Ende der Videobeschreibung. Canon wurde mit diesem Artikel eine Endnote von 9.4 von 10 gegeben. Das ist das Beste aus dieser Auswahl. Für diese Eigenschaften wird es sehr geschätzt. Autofokus, Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen oder mehr darüber erfahren möchten, klicken Sie auf den Link am Ende der Videobeschreibung. Die abschließende Bewertung dieses Sony-Artikels ist 9.2 von insgesamt 10 Punkten. Es hat derzeit das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Die wichtigsten Merkmale sind Autofokus, Bildqualität, Preis-Leistungs-Verhältnis. Am Ende der Beschreibung dieses Videos finden Sie den Link zu weiteren Informationen oder den aktuellen Preis dieses Produkts. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020